Ja, guten Tag, mein Name ist Arnolf Christel. Das Kleingedruckte in Nutzung, das Zuhören, Verstehen, die Anwendung, Wiederverwendung der Inhalte dieses Wortdrags unterliegen in digitaler sowie analoger Form, Vollstellung und Auszugsweise dem Copy Straight. Bei Unverständnis, Fragen oder allgemeiner Verwirrung, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemarchitekten oder Open Source Dienstleister. Ich arbeite in einer kleinen Firma namens Metaspatial und bin Berater für Geodateninfrastruktur und agiles Projektmanagement, Zertifizierung, habe die OS-Geo mitgegründet, bin Mitglied im OGC Architektur und bin professioneller Open Street Map Lobbyist oder so ähnlich. Ich komme also eigentlich ganz klar aus der GIS-Welt und bin etwas verunsichert, weil die letzten drei Vorträge, die ich gehört habe, die waren ja ziemlich phänomenal. Also was der Konstantin Käfer da gezeigt hat, da fliegt mir das Blech weg. Ich bin schon so alt, dass ich nur auf der Kommandozeile gelernt habe und da war das ganz schwer, überhaupt eine Karte rauszukriegen. Und Texte waren Times New Roman und jetzt kommen die über WebGL, werden im Browser gerendert und alle rufen, was bitte? Also das ist beyond me. Ich bin eher doch ein Kellerkind von früher. Ich fühlte mich gerade bemüßig, das noch zu erläutern, also bitte verzeiht mir, wenn ich ein bisschen alt wirke. Ich komme mir gerade sehr alt vor. Ja, so wie Lars Linger höre ich eigentlich auf, wenn das gedruckte Produkt als Datei zur Verfügung steht. Und ein Freund von mir, der für das Ordnance Survey in England arbeitet, hat aber dann gesagt, lass uns das doch auf Stoff drucken. Das wollte der vor zehn Jahren schon machen im Ordnance Survey. Das wollten die nicht, weil sie gesagt haben, da gibt es keinen Markt für. Und dann hat er das gemacht und ich habe ihn irgendwann gefragt, mit was hast du das denn gemacht? Das sieht ja super aus. Und dann meinte er, ja, mit ArcGIS Server und mit AutoCAD und mit Adobe und da habe ich gesagt, oh, das ist aber eine ganz schöne Investition, die ganzen Lizenzen. Und ja, die habe ich geliehen. Da habe ich gesagt, warte mal, das kann nicht sein. Du willst nächste Woche gründen und deine ganze Softwarearchitektur ist irgendwo her. Das funktioniert nicht, das kannst du nicht bringen. Ich baue dir das um auf Open Source, kein Thema. Und habe also Postgres aufgesetzt, die Daten reingenudelt und einen kleinen Web-Klient vorne dran und einen Map-Server, weil das Einzige ist, was ich kenne. Habe das Layout, die Kartografie, die Styles übernommen und habe das dann nachgebaut auf Open Source. Und dann waren die so glücklich mit mir, dass sie mir zehn Prozent der Firma geschenkt haben. Und so bin ich jetzt zu einer Firma gekommen, die Karten druckt. Und ich bin da der CTO. Bevor wir da mal ein bisschen eingehen, möchte ich doch noch mal auf das Thema Open Data eingehen, weil in diesem Vortrag soll es auch um Daten, Lizenzen, Nutzung und so weiter gehen. Wie geht das professionell? Gucken wir mal, Open Data ist in einer frühen Entwicklungsstufe. Ich habe das schon mal erwähnt in dem Einführungsvortrag am ersten Tag vormittags. Wir sind also bei Open Data noch nicht so, dass wir sagen können, wir wissen, was wir tun. Das ist zum Teil noch sehr unklar, was wir da tun. Vor allen Dingen, wenn ein Deutscher mit einem Server in Frankreich Karten aus England druckt, die dann irgendwo im Ostblock gedruckt werden, also physikalisch gedruckt, dann wieder zurückgeschickt werden. Da sind so viele internationale Rechtsdinger dabei, das wäre vor 50 Jahren unmöglich gewesen. Ich wäre schon längst erschossen, weil da waren Karten noch Hoheitsmachtgebilde. Da war eine Karte zu haben, die Macht über dieses Gebiet zu haben. Und das sind auch die Ursprünge von dem Ordnance Survey, ein 221 Jahre altes Karteninstitut in England. Die waren mal militärisch. Und die erste Karte, die die gebaut haben, wurde gebaut. Und dieses Institut oder diese Firma, dieses Amt wurde gegründet, weil sie Angst vor den Franzosen hatten. Und haben die Karte gemappt und haben dann angefangen, dort Kapellen zu mappen, aber nur, wenn sich mindestens zwei Soldaten drin verstecken konnten. Und gleiches gilt für Hecken, die haben nur eine Größe, wenn sich dahinter ein Soldat verstecken kann, dann wird sie gemappt. Alles, was kleiner ist, ist nicht in der Karte. Das sind also Dinge, auf denen wir heute unsere Karteninformationen aufbauen. Und das sieht man sogar noch heute in den Karten. Und das Ordnance Survey wurde dann verdonnert von Sir Tim Berners-Lee, bekanntermaßen der Erfinder des Internet, und dann geadelt von der Queen. Und der hat gesagt, das muss alles Open Data werden, dieses Kartenwerk. Und plötzlich musste das Ordnance Survey, das bisher die Daten verkauft hat und davon auch gelebt hat, musste diese Daten Open Source stellen oder Open Data zur Verfügung stellen und auch einen Free Service bereitstellen. Und da wollte ich kurz nochmal erläutern, Open Data und Free Service sind zwei verschiedene Dinge. Google Maps zum Beispiel ist nicht Open Data, sondern ist ein Free Service. Wobei das Free könnte man sich auch noch drüber streiten, weil sie bezahlen ja mit ihren Benutzerdaten, wenn sie diesen Free Service nutzen. Das heißt, sie zahlen nur mit einer etwas anderen Währung. Das Lizenz, Copyright und die Nutzungsbedingungen sind oft nicht klar. Zum Beispiel gibt es in Deutschland Open Data, das steht drin, für die nicht kommerzielle Nutzung. Was ist denn jetzt nicht kommerzielle Nutzung? Das, was ich da aus Spaß auf die Karten drucke und dann verkaufe, ist wahrscheinlich schon kommerzielle Nutzung. Das, was ich jetzt mache, wenn ich Ihnen was zeige, ist ja ein Vortrag, da kriege ich kein Geld für. Aber ist es auch kommerzielle Nutzung, weil es im Rahmen einer Konferenz ist? Wenn der Lars Linger das auf Schulatlanten druckt für die Wand und das gibt er seinem Kollegen für frei, dann ist es keine kommerzielle Nutzung. Also der Begriff kommerzielle Nutzung ist nicht gut definiert. Und auch da wieder, wer macht was in welchem Land mit welchen rechtlichen Grundlagen, das ist nicht definiert. Lizenzen, Geschäfts- und Betriebsmodelle sind oft inkompatibel und deswegen konnten wir vor drei, vier Jahren dieses Projekt mit den Karten, mit den Ordnungszollwertdaten zum Beispiel überhaupt noch nicht machen. Vor zehn Jahren hätte die Lizenz, um diese eine erste Karte zu drucken, ungefähr 300.000 Pfund gekostet. Und jetzt kriege ich die Daten für umsonst. Und Schuld daran ist wahrscheinlich unter anderem auch OpenStreetMap. Finde ich ziemlich genial. Mein Steve Coaster hat nicht umsonst in England damit angefangen, weil genau da eben dieses Karten-Daten-Problem war und man an nichts dran gekommen ist. Die Politik ist ahnungslos, trifft falsche Entscheidungen, ist aber nichts Neues. Und außerdem ist alles noch im Fluss. Der Open Data LACMUS-Test, wenn es sich um Open Data handelt, dann muss es immer heruntergeladen werden können und es muss eine Lizenz haben, weil sonst weiß ich nicht, was ich damit anfangen kann. Public Domain gibt es in Deutschland zum Beispiel nicht, weil wir haben hier das Urheberrecht, während im angelsächsischen Rechtsraum es das Copyright gibt. Die beiden Dinge sind eigentlich nicht kompatibel und wir tun im Moment nur so, als seien sie das. Was ist ein Free Service? Die kostenfreie Nutzung eines Dienstes. Der Terms of Service enthält oft Klauseln, die eine kommerzielle Nutzung ausschließen, wie ich gerade schon erwähnt habe. Und ohne Vertrag gibt es auch keine Rechtssicherheit zur Verfügbarkeit dieser Daten. Die OpenStreetMap, in Anführungszeichen API, ich mag dieses Wort nicht besonders, weil ich kenne das aus der Softwareentwicklung und nicht aus dem Internet, aber es ist so eine Art Web-API, die ist sehr frei nutzbar, aber man sollte sie nicht unbedingt immer nutzen, weil da ein Server dahinter steht, der zusammenbrechen würde, wenn man da plötzlich Hunderttausende pro Minute drauf schickt, weil man eine tolle, schicke neue Anwendung gebaut hat. Deswegen sollte man eher die Daten runterziehen, auf seinen eigenen Server packen und den so skalieren, dass die Anfragen, die da kommen, dann auch wirklich beantwortet werden können, so dass normale Mapper den Dienst benutzen können. Die Verwendung der Daten wird durch die ODBL geregelt und ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Leute die ODBL kennen und wie viele Fragen ich zu der ODBL bekomme. Ich denke mal, hier kennt jeder die ODBL und weiß die Bedingungen. Keine Widerrede? Okay. Die Nutzung der Daten ist für alle frei und offen, die Nutzung des Dienstes ist gratis, der Aufbau eigener Server wird dabei ermutigt und die Quellen der Ergebnisse veröffentlichter, abgeleiteter Werke müssen auf Nachfrage freigegeben werden. Ist klar, ne? Wollen wir nicht weiter darauf eingehen. Okay. Ordnance Survey Großbritannien Open Space sieht genauso aus, ist genau das gleiche, ist also auch eine API, die ich zur Verfügung gestellt bekomme und da ist auch eine Lizenz dran und diese Lizenz sagt jetzt, dass ich die Daten kopieren, veröffentlichen, verteilen und übertragen darf. Ich darf sie verändern und ich darf sie zu jedem Zweck verwenden, explizit auch in eigenen kommerziellen Produkten und Anwendungen. Deswegen haben wir in England angefangen mit diesem ganzen Produkt und wenn man das tut, sollte man sich aber über die Nachhaltigkeit dessen, was man da tut, im Klaren sein und das ist bei uns schon mal schief gegangen. Wir haben gedacht, Ordnance Survey gibt es seit 220 Jahren, die ändern das nicht, haben sie aber. Hier gibt es so eine Autobahn, ich gebe das gleich mal rum und die Autobahn, die hat hier zwei getrennte Wege und das ist auf so einer Karte irgendwie eigentlich ganz nett anzuschauen und in der neuesten Ausgabe, der Vectormark 50, die die hier ausgegeben haben, haben sie die kollapsed, also haben sie die zusammengenommen, das heißt, da gibt es jetzt keine getrennten Wege mehr, sondern das ist jetzt eine Linie und da steht dran, ich bin eigentlich ein Dual Carriageway, also ein Zweirichtungsweg und unsere Karten sind jetzt natürlich irgendwie, was machen wir jetzt, nehmen wir das neueste Datum oder nehmen wir die alten, und die haben immer noch unverändert, also ohne das anzukündigen, eben diese Daten, wir haben noch mehr, ich zähle mit, ich will die alle wieder haben. Und das heißt, die Nachhaltigkeit, muss man sich darüber im Klaren sein, wenn man Open Data verwendet, kann es sein, dass die sich verändern, dass die nicht mehr da sind. Wie sieht es aus mit der Aktualität, die Qualität, die Lizenz und die Kosten, da haben wir ja schon mehr drüber gehört. Gucken wir uns nochmal die Lizenzen an, das war eins der wichtigeren Argumente für unser Unternehmen hier, die allgemeingültige Lizenz ODBL, to share, copy, distribute and use the database, to produce works from the database, das, was Sie da gerade in den Händen halten, ist so ein Work, und to adapt, modify, transform and build upon the database, wird durch die Open Knowledge Foundation definiert. Solange man Attribute, wenn Sie mal da auf den Key unten gucken, da steht auch drauf, das ist basiert auf OpenStreetMap-Daten, haben wir also alles richtig gemacht. Sharealike, wenn wir da bestimmte Sachen öffentlich nutzen, müssen wir die auch wieder bereitstellen. Und KeepOpen, wenn wir die wieder verteilen, dann sollte ich da kein DRM mit reinbasteln. Alles richtig, hier nochmal in schönen Formen für Leute. Jetzt dann nochmal dieses Derivative Work. Was heißt das denn genau eigentlich? Das heißt, Access to the Derivative Databases, und, aber Sie haben ja gesagt, Sie verstehen das alles. Brauche ich nicht erklären, oder? Jetzt mal ehrlich, Hand hoch, wer von euch traut sich das jetzt zu erklären? Oho, das muss ich aber ändern. Das ist ganz wichtig. Hier geht es darum, was passiert denn eigentlich mit den Daten, wenn ich die jetzt genommen habe, habe die verbunden mit anderen Daten, stelle das Ergebnis online wieder zur Verfügung, muss ich dann die Originalquellen zur Verfügung stellen oder nicht? Wir haben uns also lange damit beschäftigt. Und es ist so, dass meine Derivative Database unter A oder Alteration File unter B must be available at no more than a reasonable production cost for physical distributions and free of charge if distributed over the Internet. Die sind also sehr explizit dabei. Und was man tun muss, ist, wenn man dort etwas verändert hat, muss man entweder die gesamte Derivative Database zur Verfügung stellen oder eine Datei mit allen Änderungen oder den Algorithmen, die man verwendet hat, um diese Änderungen herbeizuführen. Das ist also super spannend. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt also einen Datensatz von OpenStreetMap und verbinden den mit Ihrer Kundendatenbank. Das sind personenbezogene Daten, außerdem vielleicht Ihr Wettbewerbsvorteil. Die wollen Sie ja nicht rausgeben. Müssen Sie auch nicht. Was Sie tun müssen, ist sagen, was Sie getan haben. Das heißt, die Struktur Ihrer klienten Datenbank und wie Sie die verschnitten haben und was das Ergebnis davon ist. Diese Informationen müssen bereitgestellt werden, die Daten selbst aber nicht. Das heißt, OpenStreetMap ist kommerziell nutzbar. Sowohl für so ein Spielzeugprojekt, wie wir das hier gemacht haben, als auch für wirklich sensible Daten von Großunternehmen. Und das eröffnet eine ganze Reihe von neuen Geschäftsmodellen. Und weil viele aber diesen Passus hier nicht verstehen, klemmt es da noch so ein bisschen und viele große Unternehmen trauen sich nicht, OpenStreetMap zu verwenden. Das ist also ganz wichtig, dass die Leute diesen Passus da nochmal sich genau anschauen, verstehen, worum es dabei geht und erkennen, dass man auch hiermit kommerzielle Produkte erstellen kann. Gut, die Creative Commons CCO sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Das ist eine Alternative. Das ist so etwas Ähnliches wie Public Domain, funktioniert aber auch wieder nicht so richtig in Deutschland, weil wir eben dieses Urheberrecht haben, was mit dem Copyright nicht kompatibel ist. Und wir können ein Urheberrecht nicht von der Person trennen. Die Person und das Werk sind immer urheberrechtlich verbunden. Deswegen leider hier nicht so gut möglich. Das Gleiche haben wir auch in Deutschland. Die öffentliche Verwaltung hat seit November 2002 ein neues Geodatenzugangsgesetz, dass die Geodaten öffentlich zur Verfügung zu stellen sind für die kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzung geldleistungsfrei zur Verfügung stellen. Und da gibt es eine eigene Rechtsverordnung nach § 14, die ich euch nicht zumuten werde. Aber da steht auch nichts Verstecktes Böses drin. Und das sieht sehr aus wie diese Government License aus England. Und ich glaube, die haben sich da gegenseitig so ein bisschen abgeguckt. Und das ist auch gut so. Problem ist nur, dass das nur für Daten auf Bundesebene gilt. Und sobald man etwas detailliertere Daten haben will, sitzt man in der gleichen schönen Situation wie vorher und kommt nicht dran. Deswegen sind wir in Deutschland auch mit dem Produkt noch nicht gestartet. Und die Karten, die da gerade rumgehen, die sind halt aus England. Da gehe ich mal geflissentlich drüber weg. Das brauchen wir nicht. Splash Maps, eine kommerzielle Anwendung mit Open Data, Open Source, Open Standards. Ich wollte mal ein paar Einblicke geben, was es da gibt. Wir haben also Open Street Map genommen, Ordnance Survey und noch eine ganze Menge mehr. Der Slogan auf der Webseite ist Splash Maps Real Outdoor Maps. Und die Idee ist, dass wir in England, ich habe jetzt ein halbes Jahr da gewohnt, fürs Ordnance Survey gearbeitet. Und da sind wir dann nachmittags immer mit dem Mountainbike raus, Wetter egal, alles durch den Matsch, und auf und ab. Und man ist hinterher wirklich von oben bis unten in Dreck gewälzt. Herrlicher Spaß. Und die machen das auch im Winter, wenn es dann dunkel wird. Und dann fahren sie nachts mit so großen Scheinwerfern vorne. Die sind echt irre. Und so wie die da unterwegs sind, will man da sein Smartphone nicht vorne am Lenker haben. Und Papierkarten funktionieren auch nicht. Die lösen sich schlichtweg auf. Und dann gibt es noch diese laminierten Karten. Die gehen schon, aber die sind halt ein bisschen sperrig. Die muss man in den Rucksack stecken. Und ich habe mich auch mal daran geschnitten. So scharfkantig sind die zum Teil. Und wenn man so lange genug benutzt hat an den Falten, gehen sie dann doch auseinander. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen irgendeinen wasserfesten Stoff haben, der witterungsbeständig ist, der farbbeständig ist, und wo der Druck auch wirklich nicht abgekratzt werden kann. Und das war über ein Jahr Arbeit, herauszufinden, eine Kombination von Druckpfeil, von Auflösung, von Stoff und von Auftragungsverfahren, um tatsächlich so eine Karte hinzubekommen, die unseren Kriterien genügt. Jetzt haben wir die Daten mal runtergeladen von OpenStreetMap und Ordnungsurvey und sind in die Nationalparks gegangen und haben uns dort von den Nationalparkwächtern Informationen geholt über die erlaubten Wanderwege und die erlaubten Mountainbike-Wege und die erlaubten Reitwege, die in den Ordnungsurvey-Karten zum Teil nicht ganz so aktuell sind, haben die also auch noch mit integriert, haben Rights of Way von den Municipalities, von den Gemeinden uns geholt, haben also selber noch Daten aggregiert auch und selbst auch erhoben. Selbst erhobene GPS-Tracks sind da mit drin und viele weitere Quellen und haben die zusammengespielt und dazu genutzt GEDAL, Quantum GIS, Postgres, PostGIS, Maps, Map and Open Layers und noch viele kleine anderen Tools, die man braucht, um diesen ganzen Schmund dann überhaupt ans Laufen zu bekommen. Open Standards haben wir da auch verwendet, mussten wir eigentlich nicht unbedingt, aber der Vorteil war, dass wir dann auch unterschiedliche Software-Pakete benutzen konnten und immer das Beste nehmen konnten, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Das heißt, da ist ein bisschen GML drin, Simple Features for SQL über PostGIS, OGC Webmap Server haben wir genutzt fürs Rendering von der Karte, den Style Layer Descriptor haben wir verwendet für die kartografische Ausprägung. HTTP ist auch natürlich mit dabei, also Standards jeglicher Couleur sind da auch mit drin. Und dabei rausgekommen ist dann sowas, ganz prominent und ganz wichtig und in der Ordnungs-Seiwerk-Karte natürlich nicht vorhanden, sind diese Max. Das ist also eins der wichtigsten Aspekte wahrscheinlich unserer Karten. Und jetzt verzeiht mir bitte, ich habe das befürchtet. So, gucken wir mal hier. Das ist also so eine Übersicht über solche Daten. Und wenn man sich da mal ein bisschen reinzoomt, irgendwie schneidet der Beamer an der Seite ein bisschen ab. Ich muss das da mal rausziehen. Ist dann zwar nicht so groß, aber geht nicht anders, damit ich hier ein solches Datenfenster mal anmachen kann. Und das ist jetzt ein schönes Beispiel, um zu sehen, wie so Ordnungs-Survey-Daten die Generalisierung vornehmen, weil wir vorhin das Thema Generalisierung hatten. Die machen das so, wie sie es vor 100 Jahren schon gemacht haben. Die haben verschiedene Datenbestände und pflegen diese verschiedenen Datenbestände unabhängig voneinander. Da gibt es eine 250.000er-Karte, die ist von dem 250.000er-Kartografen gebaut. Und es gibt die 1 zu 50.000er-Karte, die ist von den 50.000er-Kartografen gebaut. Und das sind wirklich kartografische Kunstwerke. Das ist nicht ein Mapping der realen Welt, sondern es sind kartografische Kunstwerke. Und das war sehr spannend zu sehen, als wir diese Daten kombiniert haben mit den OpenStreetMap-Daten. Das ist jetzt so ein Höhenmodell. Das wäre so eine Übersichtskarte. Und wenn man dann weiter ins Detail reingeht, dann schaltet die irgendwann um. Das sieht man jetzt. Das ist ein ganz anderes Kartenbild. Und wenn man dann noch weiter, das sind die Nationalparks, eine andere Datenquelle. Das ist unser Product Overview, wo wir also ausgewählte Gebiete einfach mal genommen haben. Wir haben also Nationalparks genommen, haben gesagt, das ist ein schöner Start, um da mal was machen zu können. So. Das ist die Webseite. Und hier haben wir jetzt ein Make-a-Map. Das ist ganz neu jetzt rausgekommen. Und was wir bei diesem Make-a-Map haben, ist die Möglichkeit, selbst einen Ausschnitt zu wählen. Und zwar gehe ich dazu in meine Anwendung. Bitte fragt mich nicht, was das hier für eine Anwendung ist. Das ist aufgrund der aktuellen Lage ein, ein, genau, so was. So, und dann kann ich das eben hinzufügen, kann also raussuchen, wo ich das gerne haben möchte. Kriege noch ein Pre-Rendering und bestelle das Ganze. Kann jetzt also raussuchen, welches Gebiet ich haben möchte. Und das ist also soweit automatisiert, dass wir hier 50.000, 40.000 und 1 zu 25.000 in verschiedenen Größen direkt online bestellen können. Das Ganze läuft auf dem Server. und wir gucken mal gerade, wie das aussieht. Da ist nichts los, weil der vorhin davon gesprochen hat, man braucht ein bisschen mehr RAM. Der hat 16 GB RAM und man sieht, da ist wirklich gerade gar nichts los. Jetzt gehen wir mal hier, jetzt muss ich das minimieren, weil der, ach, das ist eine. Der hat hier ein Aktualisierungsproblem mit der Oberfläche. So, jetzt geht's. Kann ich die jetzt irgendwo hier drucken? Wo geht das da? Please enter a title. Genau, da muss ich noch einen Titel eingeben. Test, please don't charge. Weil jedes Mal, wenn ich das mache, muss ich so eine Karte kaufen. So ganz billig sind sie ja nicht. Mit 28 Pfund sind wir da eher, im oberen Markt. Und jetzt wird das Ding also gebaut. Was added successfully to your card. Da habe ich welche, kann ich noch welche weitermachen? Ich sage continue shopping. Und geht zum Checkout. Warum ich den ganzen Brötis hier eigentlich mache? Es nur, weil ich zeigen will, dass auf dem Server dann tatsächlich auch was passiert. Ach nee, das mache ich jetzt nicht. Also der Witz an der Sache ist, dass man dann eben sieht, wie hier die Prozessorleistung hochgeht. Und er in dem Moment genau eine solche großformatige 600 DPI-Karte baut. Das sind so zwischen 30.000 und 45.000 Pixel. Das ist ein ziemlicher Lappen, der da rausgeht. Und das ist eine Bearbeitungszeit von zwischen 30 und 40 Sekunden, um ein solches Gerät zu bauen. Das geht dann an den Drucker. Der Drucker druckt das auf einen Stoff und vertütet das. Dann geht es zurück und dann schippen wir es an den Kunden. Das ist also unser Prozess. Und man sieht schon, wir haben hier auf der einen Seite Ordnance Survey Daten. Wir haben Fremddaten, Drittdaten. Wir haben draußen Leute, die neue Daten erheben. Das ist unser Conflation. Also hier werden die ganzen Daten zusammengebaut. Auch hier haben wir zum Teil noch Dritte, die dazukommen. Und wir drucken inzwischen jegliche Karten auf Stoff. Wir haben also für Helsinki auch eine historische Karte auf Stoffdruck. Macht sich sehr gut. Weil da ist so eine Stoffkarte. Das ist ja nichts Neues. Wo kommt die her? Wer weiß es? Wo haben sie schon mal Stoffkarten gehabt? Das Innenfutter von den Fliegerjacken im Zweiten Weltkrieg wurde verkehrt rum eingenäht und hatte auf der Innenseite eine Karte, so dass wir die Abgestürzten die raustrennen konnten und eine Karte hatten, auf der sie nach Hause laufen konnten. Haben wir gelernt, als wir gesagt haben, hey, wir haben hier was Neues erfunden. Dann hieß es, hey, guck mal, so, okay. Das war es auch schon. Splashmaps, können Sie sich mal angucken. Da gibt es auch ein paar nette Videos. Und zusammenfassend noch mal für mich die Konferenz. Achten Sie auf, wenn Sie Standards verwenden, wirklich offene Standards zu verwenden. Nutzen Sie bewährte Open Source Software. Verstehen Sie die Lizenzbedingungen? Da haben Sie alle nachzuholen, habe ich gerade gelernt. Beachten Sie die Terms of Services und fragen Sie einen qualifizierten Dienstleister. Die finden Sie drüben im Eingangsbereich. Dort ist eine Ausstellung. Da können Sie die alle ansprechen. Vielen Dank. Vielen Dank an Arnulf, der sich auch auf etwas indirektem Wege dann doch irgendwie so ein Thema Druckung geäußert hat. Ich habe gerade geguckt, ODBL steht hier aber nicht drauf, oder? Das ist ja auch das Creative Commons. Also hier unten an der Ecke, da steht CCYSA. Das ist ja das Endprodukt. Und Based On. Und ich weiß noch nicht von Jakob, die ist von 2011. Das ist genehmigt. Alles gut. Ich muss das kontrollieren. So, Fragen sind genug da. Fragen sind genug. Wir haben jetzt leider nur ein Mikro. Kleiner Augenblick. Ich fange sonst mal ganz kurz hier um. Kurze Frage. Kann ich irgendwie sowas auch aufs deutschen Karten machen? Habt ihr da was? Oder einen anderen Dienstleister? Ja, wir werden online gehen. Ich würde gerne jetzt sofort. Aber meine Kollegen in England denken, Deutschland ist kein guter Markt. Und wir sind da gerade noch am... Also genau, meldet euch alle mal. Kamera auf breiten Zoom. Wer will alles eine Karte haben? Dann habe ich hier endlich mal... Ja, also, okay. Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Wir haben eine Karte inzwischen in Yosemite, also in den USA. Und die kommt auch ganz gut an. Und wir sondieren gerade so. Mallorca ist vielleicht ein schönes Gebiet. Also erstmal mit so einzelnen Spots anzufangen. Und Ziel ist aber auch für ganz Deutschland dann eine komplett auf Open-Street-Map basierende Fahrradkarte zu haben, die man auch nutzen kann. Kleiner Augenblick. Wir müssen eine Frage machen mit Mikro. Ich würde sonst sagen, machen wir hier oben weiter, weil hier hatten sich doch relativ viele gemeldet. Wer war hier Nummer eins? Oder wer traut sich? Fangen wir so. Ja, also mein... Ist alles richtig. Das ist nur zum Aufnehmen. Okay. Meine Hauptfrage war jetzt, okay, Sie haben Datenquellen drei, vier verschiedene. Was würde mir zum Beispiel jetzt fehlen? Würde ich das nur auf Open-Street-Map-Basis machen? Also Höhenlinien und Hill-Shading wäre jetzt so eine naheliegende Geschichte. Das gibt es nur so halb kommerziell. Ja. Aber ansonsten? Zum Beispiel die Rights of Way. Das ist in England eine Methode, nach der entschieden wird, ob man einen Weg mit dem Fahrrad befahren darf oder nicht. Und diese Information ist in Open-Street-Map sehr lückenhaft. Und deswegen sind wir zu den einzelnen Gemeinden gegangen und haben jede einzelne gefragt, gebt uns doch bitte eure Rights of Way. Und haben die dann als Shape-Datei bekommen, als CAD-Datei, als irgendeinen Schrott. Und haben die aufbereitet und nach und nach in Open-Street-Map übertragen, sodass die jetzt da auch vorhanden sind. Das heißt, in our wake, in unseren Book-Wellen, wird auch Open-Street-Map besser. Das ist unsere Art und Weise, Open-Street-Map zurückzugeben. Und da sind halt viele Datenquellen dabei, die noch nicht von Open-Street-Map angezapft wurden. Und man kennt das ja, Massenimport in Open-Street-Map ist immer schwierig, weil es da Leute gibt, die das lieber selber machen wollen oder plötzlich Daten doppelt vorliegen. Also es ist kein einfacher Prozess. Aber Open-Street-Map fehlt halt doch noch eine ganze Menge, wenn man etwas ganz Spezielles haben möchte. Kanu, wenn auf dem Dings hier unten ist ja auch irgendwo so ein kleines Kanu abgebildet, ach nee, auf der Verpackung ist das. Die brauchen Wehre und solche Informationen. Und wenn man das in einer hohen Qualität haben will, dann muss man zu den Betreibern und den Pflegenden dieser Wehre gehen und muss einen, der so einen Waterway wirklich betreut. Und das kann man dann für ein Gebiet machen, in einem Gebiet, wo Kanu-Ists unterwegs sind. Das kann ich nicht für ganz UK machen. Und da sind tatsächlich die Open-Street-Map-Daten noch nicht vollständig genug. In so speziellen Bereichen auch. Eine Verständnisfrage zur Datenbank-Lizenz. Wenn ich jetzt den Datenbank-Export nehme und da meine personenbezogenen Daten mit dran setze, dann referenziere ich da ja irgendwelche IDs. Warum muss ich das dann wieder veröffentlichen? Also ich ändere ja die Daten nicht. Die Open-Street-Map-Daten. Sie müssen nicht die Daten veröffentlichen, die Sie dort hinzugefügt haben, sondern was Sie veröffentlichen, ist der Weg, der dort hingeführt hat. Das heißt, der Algorithmus. Was haben Sie getan? Schritt für Schritt. Grunde genommen sind das die besten phänomenalen Metadaten, die man sich vorstellen kann. Was habe ich getan zu den Daten? Hier ein Datenbestand, da noch ein Datenbestand. Ich habe ihn genommen, habe ein SQL darauf ausgeführt, habe das und das verschnitten, habe dieses Ergebnis rausbekommen. Und diese Beschreibung dessen, was ich getan habe, das muss öffentlich verfügbar sein, wenn jemand danach fragt. Okay.